Und die ganzen, die anderen laufen ja auch alle hinterher. Alles Traitor? Nein, nein, zwei Traitor hinterher, beziehungsweise, ja doch, zwei und ein, de de de, de de. Kacke. Detective und, ja. Boah, wieso ghostig eigentlich? Ja, die verfolgen nicht alle. Alter, warum haben die mich jetzt nicht bekommen? Herzlich willkommen, Minecraft-Freunde. Hier sind wir mit dem Garlock HD. Oh yeah. Und, ja, wie da Trouble in Meinville ist angesagt auf den TroubleMine.de Servern. Eigentlich wollten wir Survival Games bringen, aber, ja, alle Server sind gerade irgendwie scheiße, keine Ahnung. Und, ja, deswegen nochmal Trouble in Meinville. Was, was, was? Was haben die Server jetzt wieder damit zu tun, dass sie jetzt wieder scheiße sind? Ja, alles voll, Junge. Ja, was können wir denn dafür? Äh, was können die Server dafür? Äh, sie sind zu geil. Scheiße, wir drauf gehen. Ich weiß gar nicht, wie lange dauert das noch. Ich hab noch gar nicht F1 gedrückt, weil das so schön ist. Echt? Äh, 3, 2, 1. Oh mein Gott. Welche Map war hier raus? Mein Gott. Holzschwert kann ich so gar nicht gebrauchen, Alter. Ja, die rennen alle an den Kisten vorbei, sehr gut. Ja, ich nicht. Ja, ich nicht. Hä? Was? Der hat die Kiste gedrückt. Du bist inkompetent. Egal, ich hab alles. 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 Hast du auch ein Holzschwert? Äh, ja. Aber warte, ich weiß, wo noch eine Kiste ist. Das wird meine sein. Verpiste. Lol. Das wird meine sein. Meine Kiste. Junge, gleich knallt es. Jetzt gib mir ein Holzschwert. Gleich klatscht es. Hier, ich dropp's dir in die Ecke. Ich dropp's dir. Ich dropp's dir. Ich dropp's dir. Ich hab's dir. Ich weiß. Ich sortier mal kurz mein Inventar, so. Ja, weil du auch so viel hast, ne? Ja, trotzdem. Ich mach immer erst Schwert, dann Bogen, damit ich so ganz schnell zwitschen. Ja, ich auch. Savitschen. Savitschen. Wo bist du? Hä, ich hab dich verloren. Was? Ich bin hier, wo du mir das Schwert gegeben hattest. Ich seh da einen Namen. Ich bin hinter dir. Aha. Bleiben wir mal hier. Okay. Und, was sind wir? Ich bin... Traitor. Schon wieder. Was? Die dritte Runde. 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 Traitor. Wir haben gerade schon zwei Runde aufgenommen, aber die waren irgendwie... Ja, nicht so geil. ...schlecht. Wir drücken jetzt mal German Hangar. Irgendwoher kenn ich den. Wer ist denn hier Traitor? Der German... German Hangar ist Traitor, ja. Der fickt da eh schon alle. Irgendwoher kenn ich seinen Namen. Ich glaub, das ist ein YouTuber. Ja. Meiner. Mein Eisenschwert, ihr Nutten. Ey, Mann, der hat mich gekillt. Was? Wer hatte hier ein Eisenschwert? Junge. German Hangar hatte eins. Echt? Was? Und ich... Hier alle damit. Ich penetriere sie alle. Ich will dich sehen. Ich will dich sehen. Ich will sehen, wie du alle fickst. Wie du sie alle vergewaltigst. Warm, Junge. Ich hab jetzt, glaub ich, drei Stück oder so hintereinander getroffen. Ah, ich seh dich. Ich verfolg dich. Boah, jetzt hab ich 2 aus 25 Karma. 25 Karma? 225... Achso. Moment. Ich hab 600. Mensch. Jetzt muss ich wieder ein Vollbild wechseln. Und ich seh dich. Aber du mich nicht. Alter, das war jetzt grad kurz ein bisschen Fail. Aufnahme Fail. Because Vollbild und wieder nicht Vollbild und... Wenn ich Vollbild mach, lagts. Aber ich hab ja bald meinen neuen PC und dann geht's ab. Mann, ich will ja doch nur klatschen den Typen hier. Klatschi, klatsch, klatsch. Nein, 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 nein. Okay. Oh, also du bist echt begabt hier. Wie du klatschst er mich jetzt, Junge? Bam, schon wieder meiner. Junge, das ist jetzt mal eine Pro-Runde. Das muss ich jetzt sagen. Vince plays HD. Hä? Ich glaub, den kenn ich. Galok HD. Oder? Nee. Nee. Ich kenn diesen Galok HD. Mann, läuft der mit da rein. Meine Fress, lauf mir doch nicht ständig da rein. Und der Nächste. Ey, ihr müsst mal was machen, gell? Der Rest, der unten wartet schon auf euch. Oh, da ist noch ein Traitor. Ich glaub, ihr gewinnt. Ja, das ist aber nur wegen mir, weil ich die alle penetriert habe. Oh, Luca. Was ist dieser Luca? Hä, lol, der ist weiß. Ja, bei mir ist er auch weiß. Was ist das denn? Wer ist denn schon weiß? Du musst sie killen. Mach sie kaputt. Naja, egal. Dann... Hä, bist du tot? Ja. Ich mache hier einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Nein, werden wir nicht! Nicht in der nächsten Folge, in der nächsten Runde. Tut mir leid. Genau. Okay, tschüss. Und ja, hier sind wir wieder und es geht auch direkt los. Wir sind hier im China-Land, da ist der Galog HD. Und ich grab mir hier alle Kisten und ich hab wieder alles voll, ja. Ich bin beim Tester. Noch nicht mal 15 Sekunden, das waren 6, 7 Sekunden und da hat die schon alles wieder voll... Oh, ich bin ja so Pro. Du bist gay. Nein. Nein. Gay. Alter. Da ist noch eine Kiste neben dem Tester, ihr Lappen. Oh Mann, sind die alle blind. Moment mal. Aber echt blind, ne? Ne? Nö? Wo bist du? Ich bin ganz oben im Tower. Oh. Ich bin der Zen-Meister, deswegen bin ich hier ganz oben. Bam! Hab ich die... Ach, man kann ja noch nicht schlagen. Ne. Schutz, Zeit. Mal sehen, ob du wieder Traitor wirst. Das wär hart. Das wär cool. Das war richtig swaggy. Swaggy. Ich will mal Traitor sein. Ähm, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Du bist innocent. Ich auch, diesmal, aber ehrlich. Ich geh jetzt ab in den Tester. Oh Mann, ich will Traitor sein. Hast du jetzt gemerkt, dass ich hinter dir hergeschossen habe? Sie kann sein. Ey, keine Saus am Tester, ne? Ey, ich... Ja. Also, damit wir wenigstens sehen, dass ich den getreten habe. Bitte helfen. Feil. Feil. Der schießt auf uns. Huren, der schießt auf dich. Gib ihm. Gib ihm. Gib ihm. Ich bin tot. Ah, ich hab Angst. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin so gut wie tot. Bist du nicht? Ich bin aber so gut wie tot. Ich darf dich. Komm, geh hoch, geh hoch. Geh hoch, Junge. Junge, geh hoch. Ich hab noch zwei Herzen. Nein. Okay, das ist vergeben. Ich hab überlebt. Dankeschön, sehr nett von dir. Echt. Ja, Junge, du stehst da wie so ein Stein in der Ecke. Du kannst von Glück sagen, dass du noch lebst. Soll? Ich hab grad voll gelegt. Ja, ich merk's. Wie ist der Typ, der auf uns geschossen hat? Keine Ahnung. Das war der mit dem Herobrine-Skin. Ja, aber der hier war das. Auch nicht. Glaub ich. Egal, egal. Ich hab ihn jetzt. Nein, nein, nein. Du hast 20 Kammer verloren. Egal. Ich bin jetzt im Tester, Junge. Hör doch auf. Hör doch auf. Server-Surf. Was? Server-Surf, no? What the fuck? Das ist mal ein Alarm. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Jetzt hör mal auf, Junge. Ich kann mich gar nicht regenerieren, du Spast. Junge, die klatschen dich gleich. Die klatschen dich gleich. Junge. Nein, der schlägt einfach zurück. Aua. Au. Ah. Junge. Wie du klatschen die mich? Ich war da, ist eben ein Tester. Ja, ich bin tot. Ich auf. Alter, der hat eine Creeper-Pfeile gehabt. Was war das für eine Scheiße gerade? Lebst du jetzt noch oder nicht? Nee. Wurde voll weggebombt. Muss man sich Creeper-Pfeile nicht kaufen, irgendwie? Oder Prämie? Ja, kannst du doch, wenn du dir welche gekillt hast. Äh, wenn du dir welche. Wenn also. Junge, das sind ja alles. Toll, der eine. Hör mir nicht zu, ist okay. Hör mir nicht zu, ist okay. Alles Traitor, Junge. Oha. Ja, okay. Wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder. Würde ich sagen, oder? Was sagst du dazu? Jo, jo. Und wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis gleich. Tschüss. So, hier sind wir wieder bei Tauen. Junge. Oh, er rennt nicht. Die mir ist übelst scheiße. Ich mag die nicht. Ich hab hier keine Kiste. Ich find die geil, aber ich hab jetzt nur ein Holzschwerter. Ich mag Holzschwerter nicht so. Denn Steinschwerter sind besser. Da ist eine Kiste. Das ist jetzt. Lol, der packt sich so durch. Alles durch. Das ist noch eine Kiste. Der hat die übersehen. Das wird meine sein. Lol, der hat die Kiste bekommen. Das Game hasst mich. Yeah, ein Holzschwert. Das sieht voll komisch aus. Der hat sein Gesicht hinten, sodass das aussieht, als würde er rückwärts laufen. Also, vielleicht ist ja auch so gut. Nein, du hast mir die Chests. Lol, ich hab die Chests bekommen. Ich hab die Chests bekommen. Ich hab die Chests bekommen. Was für ein Chests? Ja, ich hab die Chests. Ja, ich hab jetzt ein Steinschwert. Das macht mich... Oh, Chests. Meine... Hast du noch ein Steinschwert für mich? Oder etwas anderes? Ein Holzschwert hab ich für dich. Das hab ich selber. Das brauch ich nicht mehr. Okay. Oh, hier ist die Energeist. Ich weiß gar nicht, dass... Du bist Innocent schon wieder, Kacke. Ich bin schon wieder Traitor. Das gibt's nicht. Echt? Oh Mann, du hast voll deine Traitor-Runden, Junge. Ja, im Moment sind ein paar Traitor-Taritor. Ich bin halt schon den ganzen Tag heute aus. Ich weiß nicht mal, wo der verfickte Tester ist. Nein, 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 nein. Nein, tot. Ja, ja. Das war's mit der Runde-Folge. Nein, ich guck noch so eine... Oh ja, sehr sozial. Wo ist der Tester, Junge? Der ist für dich. Ich folg dir einfach mal. Ah, wo ist denn der Kack-Tester, Mann? Ich find den Tester nüchst. Ich find den nüchst. Oh, da klatschen sich welche, aber ich weiß nicht, wer was hier ist. Schlag einfach drauf. Ich weiß nicht, aber ich glaub, die hier sind normal. German Hangar ist... Warte, ich kann dir ganz genau sagen, wer Traitor ist. Lauwarm ist Traitor. 100 Pro. Lauwarm ist Traitor. Ich war doch Traitor. Lauwarm ist Traitor. Na? Der läuft dir hinterher. Ja? Ja, lauwarm ist Traitor. Und die ganzen... Die anderen laufen ja auch alle hinterher. Alles Traitor? Nein, nein. Zwei Traitor hinterher. Beziehungsweise... Ja, doch. Zwei und ein... Kacke. Kacke und ja. Boah, wieso ghost ich eigentlich? Ja, die verfolgen nicht alle. Alter, warum haben die mich jetzt nicht bekommen? Die schlagen dich nicht, die schlagen dich nicht. Die schlagen nach den anderen. Kill lauwarm. Lauwarm ist böse. Alter, ich renne jetzt einfach... Ich war mir so sicher, dass ich tot bin, aber ich renne jetzt einfach... Aber warum hast du doch alle einen hinter dir, die Dab? Ja, aber jetzt ist er eh schon weg. Davon ist doch da, dieser mit Mr. Pro. Heimskill ist Traitor. Ja, du bist vorbeigerannt. Keine Ahnung, ich renne einfach. Wie viele Herzen hast du? Äh, gleich wieder alle. Ich kann hier... Ich will es dir unbedingt sagen, aber ich sag es einfach. Ähm... Hier ist gerade keiner, 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 keiner Traitor. Nein. Ähm... Ich will jetzt mal überlegen. Hier, lauwarm ist Traitor. Das ist, glaube ich, der letzte. Wo bist du? Wo ist lauwarm? Da hinten. Laufarm tanzt hier rum. Kill ihn einfach, aber die killen ihn schon. Ich... Ich klatsche ihn jetzt. Klatsche ihn, klatsche ihn, klatsche ihn. Packt er bei dir auch den Boden? Jetzt klatschen die dich, Alter, ich fass es nicht. Die sind alle so strohdoof manchmal. Ja, los. Oh! Ich sag, das war der letzte, anstatt du einfach killst. Ja, Alter, die haben mich wieder geklatscht, weil die dann dachten, ich wäre Traitor. Hm, ich wollte jetzt mal was sagen, also. Das war's mit dieser Folge. Survival Games. Äh, Trouble in Mineville. Okay, wir sind's in der nächsten Folge wieder und... Ja, haut rein. Tschüss. Haut rein, Junge!